ARD Text im Auftrag von Funk 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 3 von Mai. Wow. Da unten steht da noch zusammen. Ich glaube, wir sehen hier mal wieder die Lautsten. Also, ähm... Die macht schon wieder Selfie. Das ist eine Fabrike. Mega-Fabrike. Hier. Zug. Zug. David. Hi. Everything kostet so eine Powerbank. 20,30 Euro, würde ich sagen. 20,30 Euro. Wir finden schon das. Wie wird deine gekostet? Hör an. Wie findet ihr das? Was? 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 Achso, wir haben heute eine Nacht im Wald. Wir haben heute eine Nacht im Wald. Wir haben heute eine Nacht im Wald. Vor allem. Wir platzen Schokoladen. Okay, ich will mal sagen. Wir sehen uns beim Heilbergsehen. So, wir werden heute Abend Haribo fressen. Mal wieder in Schleichwerbung. Gott! Haribo! 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 Hast du gespeichert? Du hast es gespeichert? Du hast es gespeichert. Du hast es gespeichert. Nein! Wir wollen zählen wie viel bei dir? Wir brauchen noch vier Stunden ungefähr das Halb. Und dann sehen wir es. Ja, und dann sehen wir es. Du hast dich schon voll. Ja, mann Stalker. Hast du wirklich Handy geklaut? Nein! What the fuck? Wer hat ein Handy geklaut? Das ist Fabian. Fabian! Evelyn, ich mach dir Ärger nicht, was du mit dem Hintergrund geht. Ja, ich würde sagen. Nein! Wir brauchen noch Zeit mehr. Es gibt auch so eine Powerbank. Eivolt Kabel sind schon dabei. Ja natürlich. Okay. Okay. Wir haben jetzt... Ja, kannst du machen. Wir haben jetzt 9.12 Uhr. Und wir sind immer noch nicht im Alberg. Und ich hab Gummibärchen. Und Gummibärchen sind hier am Start. Die Gummibärchen sind auch voll leer. Ich glaube, wir überleben nicht mehr lange. Ja. Aber wir haben noch Chips. Wir haben noch Gummibärchen. Wir haben noch alle. Und dann auch Proklammstoff. Das ist's ... Äh ... Loh. Na ich auch. Hallo. Komm, lass mich noch verbar werden. Total! Let's bitch with sight. Ich hab ganz gut. Oh, es klappt! Eveline, gib mal ein. Mein Robi-Bruder ist gut. Ich bin bei Heimgut. Und gesagt, ich melde mich. Das ist ein Auto. Ich mach das erst. Eben, melden mich wieder. In ein paar Minuten. Wenn wir uns in der Schaumschung sind. Oder wenn wir in Heimgut werden. Ich muss mich haben. Okay. Ciao. Einer, ich sag nicht mal dem Dachlar. Also wir wollen, wenn wir in Heilberg sind. Erstmal uns in Star Wars abchillen. Und Star Wars auf Göln. Dann, kennt ihr den Namen? Nein. Ganz geile Schuhe. Ja, ganz geile Schuhe und Käppis. Bist du behindert? Nein. Ja, und da gibt's ganz geile Sachen. Wie zum Beispiel... Kondome. Geile Schuhe. Geile Schuhe, Käppis. Und wir stehen mal wieder im Stau. Und weiße Kondome. Weißer Kondome. Weißer Kondome. Wow. Mein Handy ist heute gesprungen. Ah, nein, nein. Mein Handy ist heute gesprungen. Ah, sicher. Ja, wir haben alle langweilig. Mit dem Schlüssel. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wo sind wir? Erbach. Weinheim. Weiblingen. Wo sind wir eigentlich? Weinheim. Weinheim. Wir sind in Weinheim. Hier, wir sind in Weinheim. Und so. Check das aus. Warum haben sie große Auge? Weil es ein Filter ist. Digga! Digga, was? Wir stehen auf einer Riesenauto. Ganz viele Autos. Wetter ist doch gut. Ah. Ja, da hängt eine Fliege. Ja, da war noch. Und hier ist die Aline. Aline! Aline! Hi! Ich bin mal mit der Schminke übertrieben. Aber ich kann nicht. Äh, der Flucher-Hippo-Gruf. Alter, da muss ich schon wieder alles machen. Ich hol's. Wo ist es dann? Oh! 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 Wann? Da fährst wir, glaub ich, in Weinheim. Wie ich sag hab. Ah! Und wir müssen bald aufs Schiff kommen. Und dann geht's Shopping los! Dann freu ich mich auch. Und ich sag euch das jetzt kurz. Hahaha! Das haut euch jedes Video. Ja. Die macht grad Musik in Leih und der nervt sich. Und endlich wieder Wasser! Nein! Nein! Sie hat Angst, dass du drückst. Nein! Kommt das nicht! Oh! Geile Hoi! Okay, wir sind gleich auf dem Schiff. Ich melde mich dann mal wieder. Wenn wir auf dem Schiff sind. Ciao! Oh! Und es ist grad aufgefallen. Wenn wir schon in Heidelberg sind. Ich melde mich dann zum Schiff. Ciao! Wir sind in Heidelberg. Die, der macht dann schon wieder Selfies. Ja, ne ganz vorne. Wir brauchen Selfies zu machen. Und wir sind grad auf der Suche nach Schloss Heidelberg. Du bist ehrlich vor, die wir nicht rumkippen. Echt so. Das müsste, das müsste da irgendwo da oben stehen. Aber wir finden's nicht. Ey, guck mal die hier. Femmelberg. Das ist eine Kunde. Tschüss nicht. Du musst da oben. Er muss stehen. Wacht. Dann komm ich nach Heidelberg. Dann komm ich nach Heidelberg. Das ist auch ein Schiff. Das ist ohne. Ich war noch nie in Heidelberg. Oh! Unfall! 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 Was? Was ist die Pussy? Ja immer Blondina am Stein. Wir kennen es doch nicht. Blondina am Stein. Hallo! Ey, Luca, da ist sie glaube ich. Luca, da ist unsere Fähre. Das sind die. Da war. Alt Heidelberg. Oder halt eine von denen. Ey, da war. Ja, das ist eine kleine Blondina. In ihrem schwarzen Wolf. Hat einen Unfall. Ha 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 ha. Und wir haben hier beinahe eine Luft. Blondina am Feuer. Ist echt so. Mann! Das ist echt so. Ja, das ist so eine schöne Blondina. Die hat die Haare. Bully! 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 Das sind echt geile Häuser. Bully! Das ist so geil! Bully! 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 Wizado! Bully! 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 Es ist 9.22 Uhr, wir sind am Neckar in Heidelberg, die da noch Selfies, der ist dumm und der ist geil. Und ich melde mich dann, wenn ich mir so ein Schiff wieder... Ey Luca, denkst du dir unser Schiff? Unser Schiff? Ey, halt Benja, Alter. Ich geh nicht so zu. Das würde ich mir so wohl noch vorstellen. Ey Luca, das würde ich mir so wohl noch vorstellen, dass ich die Schule gewidmet habe. Ja, also scheiß Auto. Okay, dann melde ich mich. Das war später wieder. Da steht eine Ampel und der dahinter fügt Krammantel. Ey, blockst du wirklich? Dann stellst du auf Luca Koch. Halt dein Freelance hier bitte. Bitte. Aber es hört ja niemand. Ey Luca, das ist wieder Justin. Alter Dennis, du hast doch... Mich hat immer keiner gesehen. Doch jetzt wirklich ist ganz viel los. Doch jetzt bin ich jetzt ganz viel los. Das ist auch schlimm. Dennis... Ja, da ist der Nächste. Ja, da ist der Nächste. Oh, Luca. Es läuft doch. Ja. Ja. Wir sind aus Heidelberg rausgefahren. Wir sind jetzt zwar immer nach Heidelberg, aber wir sind jetzt in der Altstadt. Wir sind rausgefahren und jetzt fahren wir mit dem Schiff wieder rein. Ich hab nicht so lautet. Ich hab nicht so lautet. Ich hab nicht so lautet. Leute, kurze Frage. Sommer ist ja besser. Ich hab im Sommer. Ich hab im Sommer irgendwie besser. Ich hab im Sommer. Ich hab im Sommer. Ja, ganz am Schluss. Ja, meine Burger King. Make it. Make it. Das ist hier im Baum. Ey, wir fahren jetzt schon eineinhalb Stunden hier mit dem Brust. Ich werde eineinhalb Stunden fahren. Was soll zu Hause aus? Ähm, hier. Leute, ich hab 3G und Snapshot. Ich hab auch 3G. Ich hab dir auch was geschickt auf Snapshot. Ich probier auch. Weil wir haben so langeweile. Mein Akkustand ist 77%. Ich hab auch drüber, brauche ich deine Powerbank. Nur gucke, wie ihr nicht vernimmt. Evelyn? Nein, ich hab nichts. Soll ich dich mal FaceTime machen? Was? Mach mal. Ich glaube, wir müssten bald am Englisch sein. Ich hab auch fest. Wir sind alle ganz schön am Lecker entlang. Pupsi. Hallo. Pupsi. Hallo Selin. Hi. Anna. Ja. Ich bin auch im Vlog, Selin. Sag Hallo. Ey, jetzt bin ich da oben. So, ihr braucht noch eine Zeit. Ja, jetzt. Hi. Hi. Fittie Ambulanz. Evelyn, dein Handy klingelt. Komisch. Nein, das FaceTime ist offen. Da ist nichts. Du klingelst. Hallo. Ja, wir probieren gerade FaceTime aus. Da ist die da und der da. Hanna ist da. Ich guck das mal an. Dann rufst du mich an. Ja, und ich hab mir schon tausendmal gesagt, ich meld mich wieder auf dem Schiff. Aber ich flog immer mit dem vorne weiter, also mach ich das wieder so. Tschüss. 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 Tschüss.